Nein! Warum sind wir jetzt die hier feindlich? Was sollen das? Das ist aber nicht richtig! Da kommen sie aus, alle Löcher wieder gekrochen! Wer ist, wenn der... Oh! Hier, fang! Eine Fackel, schnell! Ich baue eine Fackel! Ach, Manu! Jack ist viel cooler! So! Das passt schon! Was ist das denn? Ach, ein Gewehr! Wollen wir nicht! Wir wollen nur Fackeln! Oh, dann... Ah ne, da ist die Fackel! Dann nehme ich die Fackel! Schneller! Wir haben's eilig! Weiter geht's! Ne, warte mal kurz, da kann ich doch was bauen, oder? Ne, doch nicht! Oh, das ist aber ne ganze Menge, oder? Soll ich das ganze Schiff jetzt in die Luft haben, oder was? Hau ab! Hau ab! Blub, blub! Blub, 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 blub! So, ähm... jetzt muss ich wieder bis zum Ende laufen oder was weg da ich hab keine Zeit für euch so, äh, wo ist denn jetzt hier... Ach, verdammt! Wo ist denn der Anfang von dieser, von dieser Schnur? Ach, da drinne! Das ist der, ja, doof! Wer hat das hier die, die, die Superpower? Äh, der hier? Ne, warte mal, der nicht! Der da! Ne, der hier hat die Superpower! Aus dem Weg! Ne, der nicht! Der hier? Ne, der nicht! Der hier? Äh, warte mal kurz! Ähm, so! Der da! Den haben wir noch hier! Mano! Wir kommen duseinander mit den komischen Leuten hier! Ähm, der hier! Was macht denn der hier unten? Du Vogel! So, sieh mal schnell! Jack, los! Äh, da! Draußen! Da ist doch... Da ist doch... Das Teil! Ach so, jetzt brauch ich... Ah, ja, natürlich! Schnell! Weg da! Und da rauf! So, los geht's! So, los geht's! Eine kleine Explosions-Schön! Schön! 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 Und jetzt... ähm... Du bist jetzt... äh... Irgendwas anderes! Ein Zombie! wir brauchen ihn ich nicht oh komm bitte oh doch natürlich da muss die Frau nur mal mit den auch im Leben wir zwingen und dann wird der Mann wieder schwach ist ja immer so das sind die Kanone zu den Automaten schießen zwei Reihen da macht das Schlepplänse Blitze ich werde hier noch öfters sterben in diesem Scheiß Kanon kann ich sie nicht irgendwie kaputt machen nee, war es geht ja nicht warum geht das nicht äh, warte mal kurz wenn ich mich hier raufstelle dann war irgendwie was mit der Kanone mää die Soesten der Ziel gefangen das finde ich nicht schön nein, ich bin schon wieder tot und die blaue Münze geht hier runter und ist weg äh, toll ähm ja weg hier so und jetzt so jetzt machen wir die Luke auf und da drinnen ist äh so ein Fass, das Wasser spuckt das können wir ja aus Donkey kommen, ne alles klar nein, nicht wieder runter weiter und jetzt äh äh ich brauche das Gewehr ja lass mal fallen natürlich hä, ist hä, ist hä, ich muss doch durchsitzender verwirrt oder was nein so da und jetzt so ah, ok ja oh Gott und hopp hopp und hopp weg da ach man Nahkampf ist das nicht so doof hopp nicht runterfallen jetzt dreh doch na, ich muss das kaputtschießen, ne genau oh 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 ich treff doch jetzt habe ich keine Munition mehr ähm jetzt ist doof ach komm schon mann ach diese doofen Kanonen hier aber auch so mit Jack Mann ich will mit Jack da hoch verdammt geht der aber nicht hat noch jemand ein Schwert? ne na klasse wie mache ich denn das? ich brauche doch ein scheiße ich brauche doch ein Schwert da hinten hopp und und hopp und hopp und hopp so ich brauche doch hier ein Schwert ich muss jetzt irgendwie ich muss doch jetzt ich habe da was runtergeworfen, ne? da sind Blümchennetze bringt mir ja nichts ähm 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 das kann ich da auch nicht zu treffen, ne ähm 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 das kann ich da auch nicht zu treffen, ne ach ach ich muss ja sowieso Wurde Turner befreien steht der da oben, ne? wo ist denn der? ach jetzt kann ich was bauen ach komm schon Mann, ich verliess so viele Steine hier. Ja, ähm... Ich kann hier nichts sonst weitermachen, ne? Hammer hab ich auch nicht. Da komm ich nicht weiter. Die hauen mich hier alle. Sonst ist hier auch nichts weiter. Ich muss hier doch hier jetzt hoch, ne? Ja, natürlich. Ich wechsle und direkt wieder... Ah! Äh, ja, ist jetzt ein bisschen doof. Wir sowieso auch grad ein bisschen zeitlich begrenzt wieder. So langsam jetzt. Ich will noch ein bisschen Zeit haben, aber wenn es so weitergeht, dann ist das doof. Ja, ich komm jetzt da nicht hoch, ne? Oder muss ich jetzt... Kann ich jetzt hier rüber? Ähm... Ich ganz nah an die Kante, die G&D jetzt schießen, geht das auch nicht. Schade. Ähm... Ist blöd. Dieses dämlichen Kanon, ey. Ich kann noch was bauen. Vielleicht hilft das. Oh, ja, das brauche ich. So, jetzt aber. Ja! Jetzt bin ich hier drüben. Aber jetzt komm ich von hinten. Das ist wieder diese Drachenrakete. Geil. Äh, äh, ein Kristall. So. Was muss ich jetzt tun? Hier runter. Nein! Das war falsch. Nochmal. Oder auch nicht. Jetzt, hoch! Mach man hoch! Oh, oh. So, und jetzt? Nochmal. Also, ich brauche... So ein Rätsel... So, boah. Jetzt muss ich grad auf... ...stucken. Ich brauche jetzt ein Rätsel. Warte mal kurz. Ich kann noch... Nein! Wo kam der denn jetzt her? Du wieser Schwein! So, hier! So, hier! Äh... Ja, wow! Ich baue ne Fackel! Ich baue ne Fackel! Ich komm noch nicht runter! No, Mann! Ist doch doof! Ein Fass! Das ist... Oh, jetzt muss ich hier wieder... Jetzt muss ich hier... Wieder rüber! Äh... Jetzt muss ich da rüber! Der Fackel holen! Ich komm aber nicht ran! Jetzt bin ich wieder tot! Fackel... Die ist keine Fackel! Was mache ich hiermit? Bringt das mir irgendwie was? Es bringt gar nichts! Was mache ich jetzt damit? Ah, warte mal kurz! Ich kann doch jetzt bestimmt... Ja! Das war ja gewitzt von mir! Und ich hab da gerade was gesehen... ...womit ich glaube, dass ich jetzt die Kanonen kaputt machen kann! So! Vielleicht schaffen wir sogar noch wahrer Pirat! Glaub ich aber nicht! So! Hier die Kanone, ne? Nehmen wir mal mit denen! Upsala! Das geht nicht! Das geht! Und das ist jetzt hier... Das brauchen wir für... ...irgendwas! Auf jeden Fall ist jetzt hier... ...mehr nicht drin, ne? Das ist jetzt alles hier uninteressant! Schade! Warte, die Karte ist doch hier! Die brauchen wir... Die Karte! Ja gut, die letzte! Jetzt kriegen wir wieder einen Schlag ab! Jetzt hab ich die Kanone hier... ...und jetzt kann ich damit... Ach man, no! Hä, die Kanone ist weg! Och nie, ey! So, ich mach das mal noch mal hier! Äh, ich kann sie nämlich... ...kann ich hier getroffen werden und dann... ...die so zurücklenken, damit die... ...ah, das war scheinlich nicht... ...sind der Sache... ...aber die Fackel kann es doch jetzt hier umgehen... ...das geht ja gar nicht! Und wie stelle ich das jetzt an? Da oben ist ne Fackel gewesen! Ach man! So! Ja, wow, call, tool! Na, 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 na! Alter! Cool, so, toll! Aber jetzt, äh... ...komm ich immer noch nicht weiter hier! Oder? Ist jetzt hier irgendwie was? Null! Das hilft mir auch nicht weiter! Nein! Das ist doof! Das ist doof, das ist doof! Ach, ich will, ich will, ich will, das Ding ist da oben! Da oben, den Typen brauchen wir, verdammend! Da oben ist doch dieses Ding! Ach man! So, ach man! So, ach man! So, einmal rum, ja! Und... So! Ja! Ah, jetzt! Äh... Ja, hör auf zu sehen, du kannst es jetzt! Hör auf, nein! Bitte nicht! Ja, war blöd von dir, ne? Merchst du selber! Aber egal, wer ist, haben wir als Endes geschafft! Die Rache der Königin! Anna! Anna! Koch! Sag mal, ein Koch, cool! Und geschafft! Oh, das ist aber jetzt, ganz schön knapp hier! Jetzt kann ich hier, die Aufnahme ganz schnell beenden! Nachdem das hier vorbei ist! 600.000, 650.000 fast! Ja! Ja, ja, wieder ein bisschen, bisschen, heik ich da auf dem Schiff! Wie immer auf dem Schiff, auf dem Schiff, äh, da komme ich irgendwie nicht klar! Gut, goldene Steine, wieder nur eine! Und erst mal zurück zum Hafen! So, war ja jetzt auch eine, äh, etwas zu ruhigere Aufnahme, nehme ich mal an! Weiß nicht, wie das jetzt bei euch so gewirkt hat! Oh, auch eine etwas kurze, aber ist ja nicht so schlimm! So, wir haben ja ein bisschen was geschafft! Und beim nächsten Mal ist ja nicht mehr so viel! Wird wahrscheinlich die letzte Aufnahme dann! Aber vorerst, mach mal hier Schluss! Ich bedanke mich! Bei ihr auch! Oder bei der Kiste! Äh, und ja, ne? Bis zum nächsten Mal denn! Bis dahin! Tschüss! Tschüss!